Wow, gerade noch auf dem Fahrzeug, jetzt wieder im Kriegsgebiet. Unsicherer Hafen. Charlie 6, Ihr Alpha 2 Leader. Evakuierungsphase 1 hat begonnen. Wann sind Sie hier? Hier ist Charlie 6. Wir kommen von Westen. Stehren und Kontrollpunkt Whisky 7. Verstanden, Charlie. Achtung, wir haben Feindaktivität auf der westlichen Seite. Müssen. Okay, gehen wir. Schließe dich der Geländerverteilung an der Central Station an. Gelang uns zum Außenbereich des Bahnhofs. Alles klar. Da ist mal C4 wieder eingepackt. Und weiter geht's. Na toll. Aha. Okay, bleibt ihr hier? Ich erledige sie leise. Und schnell. Wie soll ich das Tor aufmachen? Okay, aufladen. Komm schon. Das Tor ist offen. Seid leise. Jetzt werdet ihr noch entdeckt. Schaut, wie der Profi das macht. Nummer 1. Und tschüss. Das war Nummer 1. Und jetzt kommt Nummer 2. Bye, bye. Das war's. Oh, da sind... Oh, da ist noch einer. Oh, nein! Ich hab doch gesagt... Oh, nein! Ihr Vollidioten! Ich hätte ihn noch leise ausschalten können. Keine Ziele zu sehen. Ah, super! Haben die eigentlich nichts fallen lassen? Wenigstens der? Ja, der hat was fallen lassen. Oh, vorher hab ich auch die 500 vergessen bei Big Fat's auch. Wir haben Bewegung! Angreif! Angreif! Durch die ganze Action hab ich das voll vergessen. Feuer sofort eingestellt! Was habt ihr denn für Probleme? Wir werden nach Osten geöffnet. Wir bringen erst die Zivilisten raus. Den letzten Zug nehmen wir. Bis dahin müssen wir durchhalten. Was ist mit der Quarantäne? Wir überprüfen jeden, der in einem Zug steigt. Warten wir es ab. Er bringt uns zu uns. Okay. Erkotrust! Versaar, Sprainer warten von auf die. Wir halten dich still auf. Danke für die Hilfe gerade eben. Alles klar, kein Problem. Ciao. Äh, ja, aber... Wie komm ich hoch? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ich komm da nicht hoch. Oh Mann, hier geht's ja wieder ab. Wir müssen das Gebäude sprengen. Damit der Mörser uns nicht mehr trifft. Oder? So war doch der Plan. Oh Mann, hier geht's ab. Alles klar. Ähm, Munition. Waffen. Irgendetwas. Lauter Waffenkisten, aber keine Waffen. Was ist das da oben? Hey, alles klar? Wie sieht's aus? Ihr haltet hier die Stellung, ja? Oh Mann. Mörder Bischung! Oh Mann. Oh Mann. Okay. Wie komm ich jetzt hier rüber? Moment mal. Okay. Definitiv muss ich rüber springen. Ich hab ihn doch unterschrieben. Achter. Okay. Der Bischof, der Schlachtfrau. Ergadress, Staff Sergeant Trainer. Mann, wir könnten hier Ihre Hilfe gebrauchen. Da sprengt man das Onyx-Gebäude am Ende der Straße vorbereitet. Hier haben Sie einen Schluck, um das Schrauzerfeuer der Onyx-Gebäude zu blockieren. Aha. Mach ich. Okay, dreht mir ein paar Aliens wieder in den Arsch. Heißen wir sie willkommen auf der Erde? Oh, diese Klappschweine hat sich auf die Läsergewichtheit und nicht versichtliche Erschiedung. Oh, Mann! Okay, ich muss wohl nach vorne kommen. Am besten, ich nehme das mit. Ich könnte jetzt auch runterspringen und das holen, aber besser nicht. Ich werde mal besser hier oben. Boah. Ich sehe gar keine auf. Was schießt ihr denn? Oh. Aha. Da sind noch mehr, die es wissen wollen. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, wo kommst du denn her? Oh, Mann. Okay, leise, leise. Oh, noch einer, der es wissen will. Mann, ist das jetzt hier actionreich. Hier geht gar nichts mehr mitsturfen. Aber trotzdem mache ich mich mal unsichtbar. Fühle ich mich sicherer. Oh, guck mal, guck mal. Hallo? Oh, nein. Ja, was geht denn ab? Oh, nein. Einer mit maximaler Panzerung. Nein. Ach so, du hast ein Scharfschützengewehr. Mal schauen, wie gut du snipern kannst. Hallo? Willkommen auf der Erde. Ich komme in Frieden. Nicht. Das sind doch noch voll viele. Wo ist der? Oh, Mann. Okay. Ich versuche mal jetzt wieder ein paar Sturfik auszuschalten. Der Kollege hier zum Beispiel bietet sich gerade an. Oh, mein Gott. Er hat... Fuck. Wie hat er das gemacht? Er hat bis sich da gemacht. Mit einer Energiewelle. Das gibt es doch nicht. Die Viecher sind sehr raffiniert geworden. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich bin sehr raffiniert. Boah. Nein. Weg von der Deckung. Ich komme. Ich habe schon gedacht, du wärst so ein Dicker. Aber du bist doch nur so ein kleiner Wurst. Hans-Wurst. Ha. Okay. Der letzte. Der letzte steht da oben. Der letzte macht das Licht aus. Oh. Oh, oh. Ach, komm schon. Oh, mein Gott. Wie lange der braucht für die Waffe. Aber die ist so effektiv bei dem Viecher. Was? Das war's. Oh. Oder auch nicht. Oh. Oh. Mann. Wie viele wollen denn da noch kommen? Fress das. Drecksvieh. Oh, oh. Oh, oh. Ich brauche... Ich brauche Waffen. Ich brauche Waffen. Hier. Ich muss in das Haus. Los, 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 los. Heil dich. Oh, Mann. Was ist mit dem los? Ja, ist gut. Nein, nur Granaten. Okay. Habe ich jetzt das Ding wieder voll oder nicht? Oh, ja. Habe ich. Oh, Mann. Okay, ich muss gucken. Wo ist das Ziel? Fress das! Und geh mir nicht auf den... Sack! Scheiße, Tische. Zurück ins Meer mit euch! Ah, Fahre einsammeln. Jungen, viel. Das war's. Noch mehr? Nein, das war's. Okay. Darüber. Ich muss aufpassen. Taktische Optionen verfügbar? Nichts. Gar nichts. Nur darüber. Aha. Oh, Mann. Ah! Oh, Scheiße! Nein! Hier ist doch alles voll. Wie soll ich denn hier sterfen? Geht ja mal gar nicht. Lad doch nach, Öl-Kadress! Alter! 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 Ich brauch ne bessere Deckung. Wow. Herr damit! Gebt mir euren Saft! Oder eure Sporen! Oder eure Energie! Wie auch immer! Springt doch hoch, Mensch! Mann, geht es gerade ab hier! Ohne Ende! Hä? Wo ist der hin? Oh! Munition, Munition! Lad nach! Oh, lad doch nach! Oh, fress den Kolben, du blöder Penner! Oh, Mann! Sie wissen nicht, wo ich bin. Keine schlechte Idee, mal ein paar wieder leise auszumurksen. Auszumurksen. Meint abzumurksen, der Fische! Junge, Alter! Hier ist gar nichts mehr. Nichts mehr. Oh. Muss ja nicht, dass ich das sammeln muss. Komm her! Was? Oh! Nein! Niemals! Ihr kriegt mich nicht! Alter, wie viele kommt denn da noch? Oh! Nachladen, nachladen, nachladen! Okay. Jetzt reicht's. Jetzt nehme ich hartes Geschütz. Hallo! So. Jetzt wird aufgeräumt! Ey, jetzt! Abschaum! Oh, daneben. Oh, oh! Keine schlechte Idee. Ich schieße mich selber ab mit dem Scheiß. Hier! Ja, komm schon! Press das Ding, Alter! Nein! Oh, scheiße. Ach, komm. Ich war so weit. Alles klar. Ich brauch ne bessere Deckung. In dem Level zieht nur die Rambo-Variante. Also, los! Nummer 1. Und Nummer 2. Okay. Kommt! Wir treffen uns! Am Berg der Entscheidung! Komm! Am Abhang der Entscheidung, besser gesagt. Na, komm schon! Guck mal, da hinten. Guck mal, ein Kalamari! Jawoll! So. Nachladen. Kolben in die Fresse. Bäm! 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 Okay. Hat auch geklappt. Okay. Munition. M-m-m-m-m-munition. Hier ist Munition. Sehr gut. Weiter geht's. Erstmal gehe ich da entlang. So komme ich schneller rein. So komme ich schneller rein. Da ist er. Vielleicht komme ich jetzt doch an die irgendwie an. Ach, fuck! Nein, sie haben's gemerkt. Aber egal. Flankiere ich euch. Komm her, mein Opfer! Okay. Okay, okay, okay. Das war's. Ha! Da liegt der Granatenwerfer wieder. Vergiss es. Diesmal nehme ich hier dicht. Aber das nehme ich. Gib mir das. Ach, egal. Ach, ich muss nur nachladen. Da ist einer. Hallo! Wer schießt? Kommt raus! Der Kammerjäger ist da! Guck, guck! Oh, nein! Okay. Starfick. Starfick. Geht nicht. Wegen seinem scheiß Anzug. Wuh! Mein Gott, hat der viel gefressen. 300. Sehr geil. Wo ist der? Du willst es wissen, ja? Tanz, Baby, tanz! Gut. Gut, 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 gut. Ich brauche Munition. Schnell wieder da rein, in den Container. Da lag nämlich. Gut. 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 Gut.